Eine Breaking News und zwar gibt es eine Geiselnahme in der Ukraine. Dort wurde ein Bus mit mindestens 20 Passagieren jetzt als Geisel genommen. Und ich möchte direkt schalten in die Ukraine zu Denis Trubetskoy, der dort ist. Denis, was genau ist gerade, was geht vor sich in der Ukraine, was ist passiert? Das ist natürlich eine ganz, ganz tragische Situation, würde ich sagen. Wir haben da im Grunde genommen mit einem Linksextremisten zu tun, der wirklich schon in irgendwelchen konkreten Hintergrund einen Passagierbus quasi genommen hat. Da gibt es ungefähr zehn Passagiere, die da als Geisel sind. Und der ist bewaffnet, hat ja auch einen Automat und hat auch Granaten mit sich. Und das ist natürlich eine völlig gefährliche Situation. Also dieser Mann hat angeblich auch mal ein ziemlich linkssextremistisches Buch in der Vergangenheit geschrieben. Und wie gesagt, er hat jetzt keine großartig konkreten Forderungen. Also im Grunde genommen ist es für so ein Protest gegen das System. Und da versucht jetzt die Nationalgarde, den Bus zu umkreisen und irgendwas zu machen. Aber wirklich herausgekommen ist dabei noch wenig. Also es bleibt eine ganz, ganz gefährliche Situation. Und eben die Tatsache, dass dieser Mann offenbar sehr unberechenbar ist, macht das Ganze viel, viel komplizierter, denke ich. Bei mir im Studio jetzt Julian Röpke, um über die neuesten Bilder, die wir jetzt haben, zu sprechen. Julian, diese Bilder haben uns jetzt vor kurzem erst erreicht. Wir sehen immer mehr Einsatzkräfte, die jetzt vor Ort sind. Kannst du für uns noch einmal zusammenfassen, was wir bisher überhaupt über das noch immer anhaltende Geiseldrama wissen? Ja, also wir wissen, dass heute Morgen offenbar ein Mann einen Bus betreten hat in der Stadt Lutsk. Das ist im Westen der Ukraine, also ein riesiges Land, aber im Nordwesten der Ukraine. Der Mann hat dann offenbar um 9.25 Uhr die Polizei selber angerufen und hat gesagt, hallo, ich, er hat seinen Namen genannt, Maxim Plachoy hat er sich genannt, also Maxim der Böse. Und hat dann gesagt, ich habe hier Geiseln genommen und sie müssen jetzt herkommen. So hat er ganz normal die Polizei angerufen. Seitdem ist die Situation dort. Wir haben die 20 Geiseln. Es gibt auch mittlerweile einige Bilder, die zeigen, dass es Einschusslöcher in den Scheiben gibt. Es ist nicht klar, wer da geschossen hat, also ob von außen geschossen wurde oder ob der Täter schon selbst in die Gegend geschossen hat. Wir sehen auch auf vielen Fotos, dass die Vorhänge geschlossen sind des Busses. Man kann also ganz schlecht reingucken. 9.25 Uhr ist tatsächlich auch eine schlimme Zeit. Also ich bin sehr oft in der Ukraine und die Leute haben dort wenige Autos, also viel weniger als bei uns im Anteil an der Bevölkerung. Und diese Busse sind wirklich voll. Also jetzt sind wohl 20 Menschen drinne. Man weiß nicht, ob noch welche rausgekommen sind am Anfang. Aber diese Busse sind extrem voll, sodass man auch an normalen Tagen nicht durchgucken kann, weil da sitzen Menschen, da stehen Menschen drinne. Und man sieht auch ein relativ kleiner Bus. Also da hat er sozusagen die Hauptverkehrszeit abgepasst. Gibt es denn mittlerweile bereits Forderungen von dem Geiselnehmer? Es gibt keine Forderungen des Geiselnehmers, aber wir wissen immer mehr über seinen Hintergrund, über das, was er also gemacht hat. Und das sieht, ja, ich bin kein Psychologe, ich kann es nicht beinen. Also es sieht verstörend aus, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Also er hat wohl, mittlerweile gehen die ukrainischen Behörden davon aus, dass es ein Mann ist, der bis, der im Jahr 2014 ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Die Philosophie des Verbrechens. Und in diesem Buch beschreibt er einmal seinen Gefängnisaufenthalt. Er saß wohl vorher im Gefängnis und beschreibt, dass man ihn dort nicht bessern konnte im Gefängnis. Die ukrainischen Behörden haben mittlerweile auch gesagt, dass er schon vor 2014 in Behandlung war aufgrund psychischer Erkrankungen. Er selbst sagt, sie versuchen seit 15 Jahren, mich zu heilen, aber sie haben es nicht geschafft, in diesem Buch beispielsweise. Das ist, ja, ziemlich verstörend. Er vergleicht sich selber mit Gott, mit Jesus in diesem Buch. Er sagt, wenn ich in den Spiegel sehe, dann sehe ich das Antlitz Gottes. Und das passt ganz gut zu etwas zusammen, was wir gerade recherchiert haben, nämlich, dass er nicht bloß bei Facebook, sondern auch bei YouTube sein Bekennervideo gepostet hat vor gestern. Das wollen wir einmal vielleicht ganz kurz nochmal anschauen, bevor wir weiter darüber sprechen. Es ist der Tag des Antisystems. Lügen Sie sich nicht selbst an. Feiern Sie die Wahrheit. Das also das Video, das er gepostet hatte und jetzt gerne, was wir jetzt bisher darüber herausgefunden haben. Also, wir sind uns noch nicht ganz sicher, was er gesagt hat, weil er spricht so eine Mischung aus ukrainisch und russisch, was auch interessant ist, weil er wohnt eigentlich in der Westukraine, da reden die meisten Menschen ukrainisch. Er selbst hat aber sein Buch auf russisch beispielsweise geschrieben, also das ist nicht ganz klar. Und er sagt, wir haben übersetzt mit, es ist der Tag des Antisystems. Wir haben aber nochmal genau reingehört, das könnte auch heißen, Stenium Antisysteme. Und das würde bedeuten, herzlichen Glückwunsch zum Tag des Antisystems. Und das wurde passend zu dem, was er später sagt, feiert. Also sozusagen, er gratuliert sich selber, er gratuliert der Menschheit zu seinem Akt, den er dort verfasst hat. Und was ich gerade sagen wollte, ist, dass der YouTube-Channel, wo er das veröffentlicht hat, da wurde vor einer Woche ein weiteres Video veröffentlicht. Und auf dem Video hat er ein TikTok-Video gepostet, wo er sich, wo er, das eine Szene zu sehen, wie Jesus Christus in einem Film vor einem Kaiser steht und sich irgendwie verantworten muss. Und jemand schreibt mit. Und er hat aber einen eigenen Text drüber gesprochen. Also er sieht sich selber sozusagen als dieser Jesus Christus, der sich dort rechtfertigt und das System als den Kaiser oder ähnliches. Ja, das ist noch schwer zu sagen. Auf jeden Fall, das, was wir bisher hören, ist sehr verstörend. Was es noch gibt bis heute, ist sein Twitter-Account von damals. Der wurde noch nicht gelöscht. Der Facebook-Account mittlerweile wurde gelöscht. Und da schreibt er auch, beziehungsweise es hat nur zwei Veröffentlichungen dort gepackt. Das eine sagte, ich habe ein Buch geschrieben, um das Verhältnis von Kriminalität und Freiheit aufzuarbeiten. Und das zweite ist eigentlich besonders verstörend. Da sagt er, was ist diese Freiheit? Diese Freiheit ist das Paradies. Aber wie erreicht man das Paradies, indem man ein Krimineller wird? Und das ist schon, ja, also es ist schon, wenn man es heute sieht, aber wie so oft, wenn man es heute sieht, dann denkt man, das sind ja wirklich Warnzeichen, die einem dort entgegenschreien. Und das schon vor sechs Jahren. Wir haben auch einen Tweet von ihm selber nochmal, von diesem Twitter-Account eben. Kannst du uns ein bisschen mehr dann auch sagen darüber, was er eben schreibt? Wir sehen jetzt hier immer mehr Tweets natürlich, die passieren, die Kommentare vor allem. Ja, genau, also ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, weil das ist jetzt ein sehr neuer Account, den wir hier sehen. Ich habe seinen alten Account aus dem Jahr 2014. Also offenbar gibt es zwei verschiedene. Wenn das jetzt tatsächlich so sein sollte, wo ich mir nicht sicher bin, weil wir hier bloß einen Zahlencode haben oder einen großen Code haben und dann auch, hallo Journalisten, vielleicht, möglich auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall nicht sein alter Account. Aber was er sagt, ist tatsächlich, dass er versucht, diese ganze Welt sozusagen zu sagen, ihr könnt mich nicht ändern. Also er sagt auch immer wieder Yamagoo, ich kann. Das ist ganz wichtig, das steht auf seinem alten Twitter-Account auch drauf, als so eine Art Zeichen sozusagen, so ein rundliches Zeichen mit Yamagoo. Also ich kann. Und dazu sagt er auch früher immer, ihr könnt mich töten, aber ihr könnt mich nicht heilen. Ich bin immer ich, denn ich kann. Ich kann, weil es eine einzige Sache gibt, die ich nicht kann und das ist kein Verbrecher zu sein. Also wenn man sich das anguckt, wirklich, dann scheint da wirklich eine ganz tiefe Störung bei dem Herrn vorzulegen. Vielen Dank, Julian, für die ersten Einblicke. Die Lage ist also weiterhin sehr unübersichtlich. Man weiß auch noch immer nicht, ob es Verletzte oder vielleicht sogar schon Tote gibt. Wir werden sie natürlich jederzeit auf dem Laufenden halten zu dieser Geiselnahme in der Ukraine. Auf bild.de alle Entwicklungen und alle Informationen dazu. Und damit möchte ich mich für den Moment verabschieden. Die Kollegen sind dann um 18 Uhr mit den nächsten Bild Live News zurück. Aber wie gesagt, bis dahin alle Informationen natürlich wie immer auf bild.de. Und damit möchte ich mich für den Moment verabschieden.